Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 95 und ich hoffe ihr habt eine schöne Woche, nein zwei, zwei schöne Wochen, zwei schöne Wochen hinter euch. Wir haben heute ein ausführliches Thema mit im Gepäck und deswegen dürfen wir gar nicht zu viel Zeit verlieren, sonst wird das wieder so ein ewig, ewig langer Alpcast, also nicht zu viel trödeln, ein bisschen trödeln ist okay. Ich hoffe ihr hattet wie gesagt zwei schöne Wochen und ihr konntet die Warmfront, die doch recht späte Warmfront im September nochmal schön nutzen für ein paar schöne Touren. Heute sprechen wir über, über was sprechen wir eigentlich, wie beschreibt man das am besten? Wir sprechen über ein ganz großes Sammelsurium an kleinen Themen, die teilweise aus Bereichen kommen, bei der man gehen muss, wenn man sie schon hört, so Sachen wie BWL, die drei ekelhaften Buchstaben aneinander gereiht, ganz schrecklich. Und darum geht es aber nicht hauptsächlich. Es sind nur ein paar Teilbereiche. In Wirklichkeit geht es um etwas, was uns alle interessiert, weil es geht um unser Zeug, unser ganzes Zeug, unsere ganze Bergsportausrüstung, das, was bei uns im Kleiderschrank hängt und das, was bei uns an der, ja ich schaue gerade rüber, an der Ausrüstungswand hängt. Und eigentlich so ein Mahnmal der Schande, zumindest wenn es um unsere finanzielle Situation geht, darstellt und, ja doch, ja doch, das trifft es ganz gut. Jedenfalls ist es so, dass unsere Ausrüstung oder dass unser Sport ja eigentlich recht ausrüstungslastig ist, gerade wenn man sich das besagte ein bisschen anschaut. Und das ist eigentlich kein, kein, das ist natürlich kein Zufall. Also das ist halt einfach so ein bisschen die Natur der Sache dieses Sports, dass wir viel Ausrüstung brauchen. Und je spezialisierter oder je spezifischer wir den Bergsport betreiben, gerade in den Disziplinen, umso mehr Zeug kommt halt unterm Strich auch bei uns an. Wir brauchen für Salpinklettern, brauchen wir ganz viele Express-Schlingen und Bandschlingen und Karabiner und so weiter. Für Hochtouren brauchen wir dann noch Pickel und Co. Und für Skitouren brauchen wir eine Schaufel und eine Sonde und ein LVS-Gerät und Felle und, also, viel Zeug halt. So, und viele von uns haben auch so ein bisschen, und ich würde mich da jetzt nicht unbedingt ausnehmen, auch so ein bisschen ihr Hobby darin gefunden, dieses Zeug zu kaufen. Und es ist nicht anders als in anderen Sportarten, also da gibt es quasi einfach diese Liebhaberei zu Ausrüstung. Ich weiß nicht unbedingt, woher sie kommt. Das ist ja eigentlich psychologisch ganz spannend, dass viele, aber nicht alle, aber viele Leute in einem Sport anfangen, Material zu horten. Also diese Gearfreaks sozusagen. Das gibt es ja nicht nur im Bergsport, es gibt auch Tennisspieler mit 16 verschiedenen Schlägern und Fußballspieler mit 5 Paar Fußballschuhen und so weiter und so fort. Also das kannst du ja wirklich übertragen auf alles. Und das ist ja auch nicht beschränkt auf den Sport, sondern da gibt es ja dann auch noch bei den Handys braucht jeder jedes Jahr ein neues Modell, obwohl das alte noch klappt. Das ist ja ein ähnliches Prinzip. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, darüber zu sprechen, warum das so ist. Ich glaube, das ist ein sehr allgemeines Thema. Deswegen konzentrieren wir uns einfach nicht auf das Warum. Wir leben einfach mit unserer Krankheit. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns lieber mit dem Wie und woher kommt eigentlich unser ganzes Zeug. Und ich möchte euch heute eigentlich mehr etwas zeigen oder etwas lernen, vielleicht was ihr noch nicht wisst. Und dafür schauen wir uns ein paar Sachen an, die im Hintergrund eigentlich laufen in der Bergsportindustrie. Nämlich, woher kommen unsere Bergsportprodukte? Wie werden Bergsportprodukte verkauft? Wie setzen sich eigentlich die Preise zusammen, die wir letztlich als Endverbraucher, also das, was für uns relevant ist, eigentlich wirklich bezahlen? Wie kommt das überhaupt zustande? Was sind welche Anteile davon? Können wir das irgendwie herausfinden? Und vor allen Dingen, wer verkauft unterm Strich beim Einzelhandel? Und was ist das große Problem mit Einzelhandel? Aber was ist auch das große Problem mit Direktvertrieb? Ich möchte euch heute einfach einen kleinen Einblick in die Welt des Vertriebs und der Produktion von dem Zeug liefern, das ihr eigentlich jeden Tag euch anschaut, anhabt, nutzt oder halt auch nicht jeden Tag, aber immer wieder mal nutzt und euch vielleicht nie gefragt habt, wo kommt das Zeug eigentlich her und warum ist das so teuer? Und warum ist das gleich wieder kaputt oder sonst was? Das sind Fragen, die kann man sich mal stellen. Das ist einfach so eine nette kleine Trivia-Folge, sagen wir einfach mal. Und den ein oder anderen interessiert das überhaupt nicht, woher sein Zeug kommt und warum man Preis XY dafür bezahlt. Andere Leute finden das sehr spannend. Das wird heute, für manche ist das vielleicht traurig, das wird heute kein Bashing. Niemand wird heute zerlegt. Es gibt kein Bashing der Hersteller, es gibt kein Bashing der Marken, der Einzelhandel ist. Es ist eigentlich wirklich nur eine kleine Service-Folge. Einfach eine gute Laune-Service-Folge. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das funktionieren wird. Einfach mal schauen. Aber ich habe mir Notizen gemacht, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Und dafür möchte ich da anfangen, wo eigentlich auch die Bergsportprodukte anfangen, nämlich bei ihrer Entstehung und bei ihrem Produktionsstandort. Denn da gibt es schon mal zwei große Unterschiede. Es gibt technische Produkte und es gibt Textilprodukte. Unter technischen Produkten verstehe ich im Prinzip alles, was Sicherheitsausrüstung beispielsweise ist. Also Karabiner, Sicherungsgeräte, aber auch so Sachen wie LVS-Ausrüstung, also die LVS-Geräte, Schaufeln, Sonden, Steigeisen, Pickel, all diese Dinge. Das ist technische Ausrüstung. Da ist Metall dran, das hat irgendeine Funktion im Sinne von, da kann man was damit machen, aufklappen, umklappen, zuschrauben, sonst was. So, ganz allgemein gehalten. Es gibt dann auch noch die Textilsparte. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend und da zählen auch Schuhe dazu. Das sind halt einfach Jacken, Hosen, T-Shirts, Fleece-Jacken, Merino-Jacken, alles mögliche, Schuhe, Kategorie-D-Schuhe, Trailrunning-Schuhe. Das ist halt einfach alles so ein bisschen die Textilsparte. Im Prinzip kann man diese Unterscheidung nicht so pauschal treffen, wie ich sie jetzt gemacht habe, aber sie hilft mir das ein bisschen, das einzuordnen. Warum ist es wichtig, diese zwei Dinge voneinander zu trennen? In erster Linie wegen dem Produktionsstandort. Der Produktionsstandort bei technischen Produkten ist meist innerhalb Europas, denn technische Produkte sind ja meistens ein bisschen teuer. Also das merkt man ja auch daran, dass zum Beispiel ein Karabiner 14 Euro kostet und wenn er in Aktion ist, dann kostet er vielleicht mal 12,50. Man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass man was gespart hat und das hat einen ganz interessanten Grund. Bei technischen Produkten setzt sich dieser Preis vor allen Dingen durch relativ hohe Material und oder hohe Fertigungskosten zusammen. Fertigungskosten meine ich jetzt aber nicht so sehr die Zusammensetzung durch Personal, weil viele technische Produkte werden heute sowieso einfach nur noch maschinell gefertigt und da braucht auch, da schaut höchstens mal eine Qualitätssicherung drüber. Aber im Prinzip geht es da nicht mehr darum, dass irgendjemand per Hand irgendwas verschweißt oder sonst was tut. Das ist nicht mehr die Realität. Es sind also Produkte, die sehr technisch, sehr maschinell gefertigt werden, aber diese Maschinenstunden kosten halt eben, was sie kosten. Und das schwankt auch im Weltmarkt nicht so stark, dass sich der Import aus dem fernen Osten beispielsweise lohnen würde. Deswegen werden eigentlich die meisten, nicht alle, aber die meisten technischen Produkte heute immer noch in Europa produziert, die in Europa verkauft werden und in Amerika produziert, wenn sie in Amerika verkauft werden. Und deswegen gibt es bei technischen Produkten auch oftmals so kleine, ich sag jetzt mal regionale Firmen, die gar nicht so weit exportieren beispielsweise. Also Black Diamond oder Arcterix, Arcterix produziert keine technischen Ausgaben, aber Black Diamond beispielsweise oder auch, wie heißen die denn jetzt? Jetzt fällt es mir nicht ein. Die stellen auch Hallbacks und so weiter her. Irgendwas mit M. Metolius. Die stellen vor allen Dingen für den amerikanischen Markt her und vertreiben auch vorrangig den amerikanischen Markt, weil halt dann quasi die ganzen Import- und Exportkosten für die EU auch so teuer werden, dass sich das dann im Prinzip schon nicht mehr rechnet, weil man nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Daran erkennt man aber auch ganz gut, dass die Margen bei technischen Produkten nicht recht groß sind. Also schon noch groß genug, dass die Firmen sehr gut davon leben können, aber halt nicht unendlich viel im Vergleich zu den Textilprodukten. Denn die Textilsparte ist hier ein bisschen anders. In der Textilsparte hat man ja eigentlich Materialkosten, die unfassbar niedrig sind. Also es ist wirklich lächerlich, für welche Beträge man Stoff zum Beispiel kaufen kann. Selbst technische Stoffe, die entsprechend ausgerüstet sind, wie man so schön sagt in der Industrie. Also beschichtete Materialien, Drei-Lagen-Laminate und so weiter. Es ist lächerlich, wie billig man dieses Zeug kaufen kann. Das Zeug wird in China in riesigen Fabriken produziert. Das kommt von einer Stange mit ein paar tausend Yards die Minute herunter. Da gibt es auch wirklich keinen Grund mehr, irgendwie noch mehr zu bezahlen, weil die Fertigung dieser Kunstphase einfach so lächerlich einfach geworden ist. Nylon und Polyester lässt sich heute halt super einfach produzieren. Und deswegen kann man auch damit rechnen, dass man für, ich sage jetzt mal einen Quadratmeter Stoff, auch wenn die jetzt ein Yards messen, aber für einen Quadratmeter Stoff heute maximal noch 20 Cent bezahlt. Oder 30 Cent. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viel Cent in eurem T-Shirt drin stecken. So, ganz grob. Ihr seht, die Margen sind gigantisch. Gut, das sind jetzt natürlich nur die Materialkosten, aber im Prinzip an so einem T-Shirt ist sonst nicht viel dran. Da kostet der Stoff 30 Cent, dann muss das Ganze an zwei Enden zusammengenäht und dementsprechend abgeschnitten werden und dann ist die Geschichte fertig. Dann kommt das Ganze in den Export und das ist relativ teuer. Und da schwanken auch tatsächlich die Kosten in den letzten Jahren sehr stark. Gerade durch Corona und auch durch den Ukraine-Krieg haben sich sehr viele logistische, ich sage jetzt mal Konstanten, etwas bewegt. Und das hat zu extremen Schwankungen bei den Logistikkosten geführt. Das ist für uns Endverbraucher nur semi-interessant gewesen. Einerseits hat man es gemerkt, weil quasi viele Dinge einfach nicht mehr verfügbar waren, weil sich auch der Import nicht mehr gerechnet hat. Ganz oft wurde gesagt, ja, das kann man gerade nicht liefern, weil in China wird nicht produziert und so weiter. Oftmals lag es einfach daran, dass ein Container plötzlich viermal so viel gekostet hat, wie sechs Wochen vorher. Das war man einfach nicht bereit zu bezahlen, weil man dann halt sehr viel Marge abschneiden musste. Aber ich habe zumindest den Einblick, dass Containerkosten sehr weird sind. Also wirklich sehr komisch. Die Entwicklung der letzten Jahre war echt strange. Also vor Corona war das einfach wirklich was. Da konntest du dich darauf verlassen, wie viel ein Kubikmeter im Container kostet. Also beim Schiff logischerweise. Und heute ist das nicht mehr ganz so. Beziehungsweise ich glaube, es hat sich mittlerweile wieder eingependelt. Ich bin da mittlerweile auch ein bisschen raus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber während Corona war das sehr, sehr weird. Gab es sehr starke Schwankungen. Die Textilprodukte sind also billig in der Herstellung. Vor allen Dingen, was Materialkosten betrifft. Und die Lohnkosten sind etwas, wo man bei Textilprodukten wahnsinnig viel darin kann. Und würde man beispielsweise Textilien heute in Europa produzieren, dann könnte man sie theoretisch, das weiß ich einfach, weil ich das halt, weil, also das kann jeder, das kann jeder selber nachvollziehen. Ihr müsst einfach nur ein paar Anfragen an Firmen stellen. Also das ist keine große, uh, Raketenwissen. Also das ist wirklich nichts, wofür man lange arbeiten muss. Man muss einfach nur Anfragen an entsprechende Textilproduzenten und Fabrikanten stellen. Dann erfährt man das. Man könnte T-Shirts beispielsweise aus, egal ob Merino, Wolle oder Polyester, zum gleichen Preis verkaufen, wie er heute verkauft wird. Und das Ganze in Europa produzieren lassen. Man hätte nur keine Margen mehr. Beziehungsweise die Margen würden sich vielleicht auf 1% oder sowas belaufen. In der Praxis ist das aber unrealistisch, dass Firmen, ich sag jetzt mal so, mhm, altruistisch handeln. Und deshalb gehen sie halt eher nach Asien. In Asien sind die Lohnkosten natürlich, also geringer ist eigentlich eine absolute Untertreibung. Sie sind de facto nicht vorhanden. Es gibt heute, ähm, das System in Asien ist sehr interessant. Also es gibt, äh, zwei Möglichkeiten, wie man in Asien eigentlich an, nein, es gibt drei Möglichkeiten, wie man in Asien an einen Fabrikanten kommt. Die erste Möglichkeit ist, man, ähm, sucht sich Direktfabrikanten. Das ist eine relativ aufwendige Geschichte. Die zweite Möglichkeit ist, man geht zu den Herstellern der Materialien, die man gerade eingekauft hat. Weil das findet man relativ schnell. Wer hier der große Materiallieferant ist, das findet man sehr schnell raus. Man geht zu denen und sagt, hey, kennt ihr jemanden, der das richtig gut kann? Und meistens haben die sehr, sehr viele Connections, weil wenn jemand beispielsweise in, 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 in China sitzt, als, als Produzent von, in, Polyester, sagen wir mal, Polyesterstoffen, dann kennen die in der Regel auch einen anderen Typen in China, der ein Business betreibt mit, äh, Verarbeitung. Von dem lässt sich dann viel leichter, ähm, herausfinden, was kann der eigentlich? Der schickt einem dann entsprechende Prototypen und so weiter, das Samples, etc. zu. Und dann kann man sich das, ähm, ein bisschen leichter machen. Die dritte Möglichkeit ist das, was, ähm, große Hersteller oftmals machen. Nicht immer, oftmals. Ähm, die gehen zu sogenannten Agents, die in Asien im Prinzip arbeiten, sind meistens Europäer, die nach, ähm, die nach Asien ausgewandert sind. Und die sagen dann, ähm, ich biete für 100 Dollar, 200 Dollar, 500 Dollar, je nachdem, was für ein Aufwand das halt ist, eine Recherche an. Ihr sagt mir ganz genau, was ihr am Ende des Tages haben wollt. Ich schicke euch ein Formular beispielsweise. Und in dem Formular müsst ihr mir ausfüllen, was ihr haben wollt, in was für einer Qualität, ähm, was, was es maximal kosten darf und so weiter. Und ich suche euch dann die besten Ergebnisse raus. Diese, ähm, Market Agents sind ein relativ beliebter Zugang zu asiatischen Märkten. Denn sie machen, sie haben quasi das Insiderwissen des Ostens, also des Asiens halt. Aber gleichzeitig diese, ähm, die, 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 die Arbeit, also sie arbeiten, ähm, genauso wie, wie im Westen eben gearbeitet wird. Sie halten sich meistens an die, an die europäischen, ähm, Zeiten. Also die arbeiten halt dann dort nachts beispielsweise. Die reißen sich den Arsch auf, damit quasi westliche Kunden bei denen einkaufen. Man muss aber eben auch ein bisschen Geld dafür bezahlen. Für große Firmen ist das natürlich kein Geld. Sehr, sehr große Firmen haben solche Agents selber in der Firma sitzen und bezahlen hier überhaupt nichts mehr extern. Sondern, äh, haben das in den eigenen, haben diese Leute in den eigenen Reihen. Und, ähm, die ganz, ganz großen Hersteller auch im Bergsport haben das in ihren eigenen Reihen sitzen. Die brauchen dafür keine Agenturen mehr. Ihr würdet euch aber wundern, kann ich leider jetzt nicht viel darüber sagen, aber ihr würdet euch wundern, wenn ihr wüsstet, wie viele große Hersteller, Firmen, Marken, etc. eigentlich mit extern zugekauften Agenturen arbeiten. Das ist ziemlich schräg. Wenn man sich überlegt, mit was für, äh, mit was für einem Kapitalvolumen die herum, herum jonglieren, ist es ziemlich verrückt, dass man sich immer noch, äh, Sachen einfach nicht in-house machen lässt, sondern, ähm, extern zukauft. Ich meine, wirtschaftlicher ist es vielleicht, aber... das ist komisch. Ich kann dazu leider nicht viel sagen. Aber das halt nur so mal nebenbei. Gut, jetzt wissen wir also, die technischen Produkte werden für viel Geld in Europa gefertigt. Die Margen sind relativ gering. Lohnt es sich denn überhaupt, in den technischen Produktmarkt einzusteigen? Ja und nein. Es gibt Produkte, die sind extrem aufwendig in der Fertigung und, ähm, sind im Prinzip nur dafür da, dass man seine Marke und das Volk bringt. Es gibt kein Produkt, das im Minus produziert wird. Also es gibt kein Produkt, womit der Hersteller Geld verliert. Also von der altruistischen Illusion können wir uns verabschieden. Es gibt aber Produkte, die einfach so wenig Marge abwerfen, dass ein Konzern diesen kompletten Aufwand natürlich immer wieder auch in Frage stellen würde. Aber aus Marketingsicht ist es trotzdem klug, an manchen Produkten festzuhalten. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt als Beispiel eine Seilrolle. Die Seilrolle ist, ähm, vielleicht aufwendiger in der Produktion, als sie letztlich, ähm, als es sich letztlich lohnen würde, sie wirklich auf den Markt zu bringen, weil dahinter sehr viele Prozesse stecken, die du zwar einmal nur bezahlen musst, aber die sich dann letztlich langfristig rentieren müssen. Und dann muss man natürlich einfach auch davon ausgehen, dass sich genug Leute finden, die das dann letztlich kaufen. Und, äh, das ist egal, ob man das jetzt bei, bei Petzl sich anschaut oder bei, ähm, ähm, ja, das ist eigentlich komplett wurscht, bei Countryman und so weiter. Jedenfalls ist die, ist die, ähm, ist die Marge dann nicht so hoch. Bei der Textilindustrie ist sie sehr hoch. Da zählen übrigens auch Rucksäcke und so weiter dazu. Diese Dinger werden für ein, also wirklich für kein Geld produziert, äh, und kommen dann zu uns. Wie gesagt, mit den Schwankungen der Logistikkosten, aber die Margen sind so hoch, so unfassbar hoch, dass sie, äh, dass es im Prinzip relativ leicht ist, so, ich sag jetzt mal, schwankende Kosten einfach abzufedern. Also wenn du, wenn dein Produkt zu 80% oder zu 90% aus Reingewinn besteht, weil sämtliche Logistikkosten, Fertigungskosten und Materialkosten bereits von den 10% gedeckt werden, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn es plötzlich nur noch 88% Gewinn sind. Aber von diesen Margen sprechen wir definitiv im Textilbereich. Ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da kann man keinen pauschalen Schnitt machen und sagen, hm, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt, äh, bei der Firma ist es so, bei der Firma ist es nicht so. Das kann man so pauschal nicht sagen. Generell sind die Preise und wie sie zustande kommen, die Verkaufspreise an den Handel, dazu kommen wir gleich noch, ähm, ein gut gehütetes Geheimnis. Da dürfen nicht mal innerhalb einer Firma alle Leute alles wissen. Das ist etwas, diese, die, die Zusammensetzung, ich sag jetzt mal, die BWLer in einem, in einem Betrieb, der, ähm, Textilien für den Bergsport beispielsweise herstellt, die sind, das ist quasi sowas, sowas wie eine eigene Sekte, in die kannst du eintreten, aus der kommst du dann wahrscheinlich nie wieder raus. Und das ist wirklich ein gut gehütetes Geheimnis, wie viel, ähm, manche Produkte in der Produktion kosten. Und Hersteller wären sehr, sehr sauer. Sehr sauer. Wenn man solche Sachen offenlegen würde, das fänden die gar nicht gut. Und jetzt kommen wir zu, wenn wir schon mit Preisen sind, können wir uns ja auch gleich, äh, anschauen, wohin Bergsportprodukte eigentlich verkauft werden. An euch. Aber ganz so einfach ist es eigentlich gar nicht. Bergsportprodukte ist vollkommen egal, ob, ähm, technisch oder Textil. Wenn wir jetzt bei dieser Unterscheidung, bei dieser, ich sag jetzt mal, ungenauen Unterscheidung bleiben wollen, dann gibt's eigentlich, da gibt's ja zwei Absatzwege, wie die verkauft werden. Dann entweder eben über den Direktverkauf, über eigene Online-Shops beispielsweise. Da gibt's ja viele, die das so machen. Mammut, äh, Kapos, äh, ich glaub, Ortobox macht's, glaub ich, auch selber. Bin ich mir grad aber gar nicht sicher. Ähm, und dann gibt's aber noch die Möglichkeit, an Großhändler zu verkaufen. Und die verkaufen dann an den Einzelhandel. Es gibt aber noch eine andere Absatzmöglichkeit, und zwar ohne Großhändler, also ohne Zwischenhändler, äh, direkt an Einzelhandelsketten zu verkaufen. Der große Vorteil ist, dass, ähm, an der, an der Entwicklung der letzten Jahre, dass diese, ich sag jetzt mal, diese Einzelhandelsketten, ohne Namen zu nennen, die großen Ketten, die international arbeiten, sportlich sind, ähm, der große Vorteil daran, dass die so gewachsen sind, ist, dass es keine Großhändler mehr braucht. Also die sterben auch langsam aus. Großhändler kaufen quasi von allen Marken was zusammen, gehen dann zum Einzelhandel und sagen, hier, diese Produktpalette kann ich dir anbieten, willst du was davon haben? Das hat natürlich den Nachteil, dass der Großhändler, ähm, mit diversen Kosten daherkommt, die eigentlich weder der Hersteller noch der Vertrieb wirklich tragen will. Also der Großhändler war immer schon so ein ganz unbeliebter Zwischen, Zwischenstation im Verkauf von Produkten. Und dadurch, dass Einzelhandelsketten das aber genauso gesehen haben, haben sie einfach irgendwann eigenen Einkauf aufgebaut. Und die Einkaufsabteilung bei manchen Marken und Herstellern ist gigantisch groß und beschäftigt sich eigentlich nur damit, welche Marken, ähm, inwiefern sich garantieren würden, wenn man sie ins Sortiment aufnimmt und zu welchen Preisen man sie einkauft. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu einem ganz interessanten Punkt. Wenn ein Hersteller direkt verkauft, über den eigenen Onlineshop, dann kann er das über den zuvor festgelegten unverbindlichen Preis, also die unverbindliche Preisempfehlung machen. Man kann es natürlich auch drunter machen, aber das macht dann schon wieder ein bisschen weniger Sinn. Alles, was von Produktionskosten, Materialkosten, Fertigungskosten, Vertrieb, die Vertriebsstrukturen müssen natürlich auch bezahlt werden, also von Server bis jemandem, der das einstellt und so weiter, Versand und so weiter. Wenn man das alles abzieht, dann bleibt trotzdem das absolute Maximum für den Hersteller über. Das heißt, wenn man einen Hersteller unterstützen möchte, ganz aktiv, kauft man immer direkt bei ihm. Und wenn es genau das Gleiche quasi bei Amazon oder Bergzeit oder sonst wo kostet und man möchte aber trotzdem, dass das Maximum an Geld beim Hersteller ankommt, dann kauft man direkt bei ihm. Denn selbst wenn man quasi sagt, okay, die Logistik für einen Hersteller, für eine Marke ist extrem teuer und die ist extrem teuer, muss man dazu sagen, diese Strukturen gibt es aber jetzt schon, er muss sie so oder so bezahlen. Ergo, wenn ich direkt bei dem kaufe, dann profitiert auch der am meisten davon. Denn der große Vorteil ist, er muss nichts an irgendjemand anderen abdrücken, er macht das alles direkt. So, die Alternative ist aber, dass man an die Einzelhandelsketten verkauft oder auch an Online-Shops verkauft, also direkt Verkauf an Online-Shops. Die Online-Shops haben eigentlich dann nur noch die Funktion des Verteilers an den Endkunden. Das heißt, wenn ihr bei Bergzeit schaut, Bergzeit kann, also Bergzeit ist ein spezieller Fall, aber es gibt auch andere Versandhändler, die wirklich nur noch Versand machen. Bergzeit ist ja noch so ein Hybrid, der so einen kleinen Shop hat, aber eigentlich hauptsächlich Versand macht. Also der Vergleich Versandlager und Einzelhandel ist halt lächerlich. Die Versandhäuser, wenn wir jetzt Bergzeit einfach mal auch als Versandhaus deklarieren wollen. Die Versandhäuser haben einen großen Vorteil. Sie müssen relativ wenig zahlen, außer die Logistik. Sie picken sich im Prinzip so ein bisschen die Sahnestücke raus. Sie müssen nicht wirklich eine Produktpräsentation machen, so wie es der Einzelhandel machen muss. Das kostet sehr viel Geld, Produkte so zu platzieren, dass sie nicht scheiße aussehen. Das ist tatsächlich eine kleine Wissenschaft. Da gibt es auch eine eigene Ausbildung dafür, die diese Leute, die das machen, machen müssen. Ist ein sehr interessantes Geschäftsfeld. Da geht es sehr viel um Marketingpsychologie. Da geht es sehr viel um Einkaufsverhalten und so weiter. Ist, wenn einen das interessiert, ganz interessant. Ist auch ein schöner Satz. Wenn einen das interessiert, ist es ganz interessant. Das kann man so aufs ganze Leben eigentlich übertragen. Naja. Jedenfalls, darüber muss sich der Versandhandel überhaupt keine Gedanken machen. Der Versandhandel muss sich auch keinerlei Gedanken über die Produktion machen. Überhaupt nicht. Dem ist das scheißegal. Der kriegt fixe Abnahmemengen, die quasi beim Hersteller so bestellt werden. Ich kaufe dir 200 Stück ab. Ich vertreibe die. Wenn die weg sind oder natürlich ein bisschen davor, kriege ich von dir Nachschub und wir kaufen dir das so ab. Manchmal hat man, das ist wieder sehr unterschiedlich. Manche machen das auf Kommissionen, andere gehen da wirklich im Vorkast. Das sind Dinge, die sind gut gehütet. Also ohne Witz. Hersteller würden nie im Leben auf die Idee kommen, irgendwas davon preiszugeben. Viel zu groß ist die Angst davor, dass man irgendwie, ich sag mal, einen Move, einen geschäftlichen Move offenlegt, den andere Leute dann kopieren. Weil jeder, das ist eine sehr paranoide Branche, oder es ist so. Das ist eine sehr paranoide Branche. Da wird schon sehr darauf geachtet, dass wenn man einen guten Weg gefunden hat, etwas zu tun, dass das möglichst nicht öffentlich wird, weil jeder davon ausgeht, dass er selbst jetzt gerade der smarteste Fuchs am ganzen Markt ist. Und deswegen will halt jeder seine eigenen Strukturen möglichst gut geheim halten. Der große Vorteil für den Hersteller beim Versandhandel ist, er hat eine relativ fixe Abnahmegarantie. Er weiß aufgrund der Erfahrung des Versandhändlers ungefähr, wie viel er produzieren kann, wie viel er nachbestellen muss, beispielsweise bei Textilien in China und so weiter, damit dann das nicht zu lange bei ihm selber liegen bleibt. Viele Firmen arbeiten mittlerweile auch so, dass sie direkt an die Versandhändler bestellen. Das heißt, der Umweg über die Logistik, über den Hersteller, also über sich selbst, der läuft manchmal auch gar nicht mehr, je nachdem, über was für Abnahmemengen man jetzt hier spricht. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich, aber im Prinzip ist es eine sehr gemütliche Angelegenheit für alle. Der Versandhändler muss sich keine Gedanken über Produktion machen und er muss sich auch keine Gedanken über Produktpräsentationen machen. Er hat einen Online-Shop, da sitzen 6, 7, 8, 9, 10 Techniker dran, die sich darum kümmern, dass das alles läuft und auch halbwegs aussieht und so weiter und dass Werbebanner neu eingepflegt werden. Auch da muss man keine Raketenwissenschaftler für anstellen. Das Einzige, worum sich eigentlich ein Versandhandel wirklich kümmern muss, ist die Logistik und die muss sehr, sehr gut laufen. Und das Interessante ist, dass wir so, ich sag mal, kulant sind tatsächlich als Endverbraucher, dass selbst wenn das nicht so gut läuft, wir damit eigentlich auch nicht wirklich ein Problem haben. Also das ist tatsächlich etwas, das kennt man aus anderen Branchen nicht so. Das ist auch nicht so üblich, aber beispielsweise Amazon, wenn Amazon sagt, morgen wird geliefert und morgen wird nicht geliefert, dann sind die Kunden in der Regel sehr, sehr sauer. Aber beim Bergsport, bei Bergzeit und so, ist es irgendwie, ja, ist egal, dann kommt das halt in sechs bis acht Werktagen und wir betrachten das noch als sehr normal, obwohl es eigentlich der einzige Job des Versandhandels ist, das einfach so gut wie es geht, so schnell wie möglich, so effizient wie möglich abzuwickeln, weil das ja das Einzige ist, was der tun muss. Der tut ja nichts anderes als Abwicklung von Versand und Bestellungen. Aber gut, da sind wir relativ kulant, ist ja auch okay. Aber das ist im Prinzip der einzige Job des Versandhändlers und des Einzelhändlers Job ist es im Prinzip, das Ganze genauso zu machen, nur mit etwas größerem Aufwand. Verkäufer sind teurer als Lagermitarbeiter. Das ist schon mal das eine. Kassenmitarbeiter haben einen sehr viel heikleren Job als ein Lagermitarbeiter, der quasi etwas auf dem LKW verläht oder die Logistik übernimmt, Warenwirtschaft betreibt und so weiter. Geld direkt zu verwalten, das musst du jemandem übergeben, den du da sehr gut einschätzen kannst, wo nicht viel schief gehen darf. Auch Bankomat-Abrechnungen beispielsweise, also Bezahlung mit EC-Karte und so weiter. Da brauchst du Leute, denen du das anvertrauen kannst. Du brauchst Leute, die deinen Shop gestalten. Du brauchst Leute, die deine Produkte präsentieren. Und vor allen Dingen, das wird gerne im Outdoor-Einzelhandel unterschätzt, Es gibt Mitarbeiter von den Herstellern, die quasi in diese Einzelhandelsgeschäfte geschickt werden, um zu kontrollieren, ob ihre Produkte eigentlich so platziert sind, wie sie sich das vorstellen. Das ist für die Filialleiter insbesondere ein Pain in the Ass, wenn diese Mitarbeiter unterwegs sind und dann anfangen herum zu kritisieren, warum der Schuh eigentlich da steht, könnte ja nicht ein bisschen präsenter sein und so weiter. Es ist sehr spannend, wenn man sich mal mit der Thematik beschäftigt, warum eigentlich im Einzelhandel, wenn man jetzt in sein Bergsportgeschäft des Vertrauens, gerade bei den Ketten, nicht bei den einzelnen, bei den Fachgeschäften, ich rede jetzt von den Ketten, wenn man in so eine Kette reingeht, dann hat das alles System. Hier ist nichts zufällig. Die Jackenabteilung ist da, wo sie ist, weil sie da sein muss. Das ist sehr spannend. Da kriegt man leider nur Einblicke, wenn man tatsächlich dort mal arbeitet. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich habe einmal mir den Witz gemacht und bin für ein paar Tage da mal eingestiegen, einfach nur, um das kennenzulernen, wie das eigentlich funktioniert im Outdoor-Bereich. Es ist sehr, sehr, sehr interessant, sehr unterhaltsam. Man geht nie wieder in ein Bergsportgeschäft mit den gleichen Augen, wenn man das alles weiß. Das ist ein bisschen verrückt. Jedenfalls gibt es da viele Leute, die da eben mit naschen möchten und viel arbeiten müssen. Und deswegen ist Einzelhandel in der Regel auch teurer. Das bedeutet aber auch, wenn wir uns beschweren, dass im Einzelhandel alles teurer ist, dann hat das halt Gründe. Es kostet einfach auch viel mehr, diesen ganzen Shit so zu betreiben. Das ist halt einfach nicht in fünf Minuten erledigt, so wie jetzt beispielsweise beim Versandhandel. Dass Versandhändler wie Bergzeit oder Bergfreunde oder Hardloop oder was auch immer, Sportkonrad, dass die billiger sind als der Einzelhandel, ist vollkommen logisch. Der Einzelhandel hat viel höhere Kosten. Was ist jetzt schlechter für den Hersteller? Ich bin ja auch immer so ein bisschen Hersteller bedacht. Und die Hersteller sind in diesem ganzen System eigentlich immer die ärmsten Schweine. Denn bei ihnen kommt, sobald sie mit einem Zwischenhändler arbeiten, das wenigste Geld an. Sie geben Preise vor für den Einzelhandel und sie geben Preise vor für den Versandhandel, haben aber ein großes Problem. Sie haben nicht unbedingt eine Machtstellung in dieser Beziehung. Früher war es so, das Fachgeschäft war davon abhängig, dass Produkte wo verkauft werden, bei ihm verkauft werden. Weil wenn er nichts verkaufen kann, dann hat sein ganzes System ja kein System. Heute hat sich das durch die Ketten ein bisschen verändert. Die einzelnen Fachgeschäfte kriegen immer noch schlechte Deals von den Herstellern, weil sie einfach sehr kleine Mengen nur abnehmen und so weiter und so fort. Also wenn ihr mal wirklich mit Einzel-Einzel-Einzelhändlern sprecht, mit Fachgeschäften, werdet ihr herausfinden, die kriegen gar nicht so gute Preise. Natürlich, die Margen sind immer noch, aber nicht so gute Preise wie jetzt bei den Ketten. Denn die Ketten, da hat sich eben diese Marktmacht ein bisschen verschoben. Früher waren eben die Hersteller eigentlich die, die immer am längeren Hebel saßen. Wenn du nicht unseren Preis akzeptierst, kriegst du unsere Produkte nicht, kannst gar nichts verkaufen. Heute sagt aber der Kettenhandel, die großen Ketten sagen, nee, 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 nee. Wenn du bei uns, mit unseren vielen Kunden, die wir jeden Tag im Laden haben, oder auch auf unserer Homepage, wenn man sich jetzt den Versandhandel mit ins Boot holt, wir haben so viele Menschen, wir erreichen so viele Menschen, wenn du bei uns nicht verkaufst, dann findest du gar nicht statt. Also findest du bei uns auf Bergzeit, oder bei, okay, kann es jetzt einfach mal sagen, ist jetzt in keinem negativen Kontext, bei Intersport, nicht statt findest, dann findest du nicht statt. Dann verkaufst du nichts. Fertig. Und dieses System führt dazu, dass Hersteller natürlich notgedrungen auch Preise akzeptieren müssen, oder anbieten müssen, die den Herstellern nicht gefallen. Aber anders finden sie halt dann einfach nicht mehr statt. Ergo, die Einzelhändler, und auch die Versandhändler, die ziehen sich natürlich viel raus, weil sie wissen, sie haben heute eine ziemliche Macht. Sollte man jetzt deswegen immer zu Kleinsthändlern gehen? Ich persönlich würde sagen, nein. Denn der große Nachteil, den Hersteller haben, durch die schlechteren Preise, die sie quasi beim Versandhandel und Einzelhandel durchboxen können, also die Verkaufspreise an den Handel, nicht die Verkaufspreise an euch, die sind meistens immer gleich, aber die Verkaufspreise an den Handel, die sind deshalb, das ist deshalb in Ordnung, weil die Hersteller einfach wirklich massiv viel mehr verkaufen, wenn sie dort an diesen Stellen stattfinden. Und deswegen die Tatsache, dass beispielsweise beim Versandhandel oftmals große Rabattaktionen fliegen, wenn ihr euch zum Beispiel SportOK anschaut, da kriegt man immer minus 20% auf alles. Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil SportOK für unfassbar viel weniger als diese minus 20% bei Herstellern einkauft. Das heißt, wenn ihr auf eine 20 Euro Express Schlinge beispielsweise plötzlich 20% kriegt, die ist schon reduziert auf 17%, dann kommt noch mal 20% weg, das heißt 3,40 Euro kommen noch mal weg, kostet sie nur noch 13,60 Euro, dann könnt ihr, und ich lege euch meine Hand dafür ins Feuer, davon ausgehen, dass SportOK keine 13,60 Euro für diese Express Schlinge beim Hersteller, whatever, Petzl, Okun, wie auch immer, bezahlt hat. Nicht ansatzweise. Das heißt, egal was ihr in einem Geschäft für ein Bergsportprodukt bezahlt, der Hersteller hat sehr viel weniger, das er dafür bekommt. Auch Hersteller wie Mammut und Co., es ist immer das gleiche Spiel, es ist vollkommen egal, wie hoch die unverbindliche Preisempfehlung angesetzt wird, der Zwischenhändler, oder in eurem Fall einfach der Einzelhändler, hat für viel, viel weniger Geld eingekauft. Und deswegen, wenn man jetzt sagen möchte, ich bin ein sehr großer Fan von Mammut, ich möchte Mammut sehr gerne unterstützen, deswegen kaufe ich bei Mammut direkt ein. Dann kriegt Mammut wirklich absurd viel mehr Geld, als wenn sie über diesen Zwischenhändler gehen. Das nur so mal als Nebenbeigeschichte. Das gilt pauschal für alles. Jetzt müssen wir uns aber auch über die großen Vorteile, die für Einzelhandel und Versandhandel, die haben wir uns jetzt schon angesehen. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Ein Hersteller findet nur statt, wenn er sich irgendwo platzieren kann. Und dafür muss er eben bezahlen. Also er bezahlt dafür nicht direkt, aber er muss eben Gewinneinbußen hinnehmen. Und im Prinzip gibt es das im BWL-Lexikon. Da hat man sich die Mühe gemacht, so kleine Grafiken herzustellen, die wirklich einfach gehalten sind und das super nochmal erklären. Und hier sieht man das eigentlich ganz gut. Das ist einfach das einfachste, die einfachste Möglichkeit, das darzustellen. Und ich finde, die trifft es aber trotzdem ganz gut, dass man sich das so merken kann. Ein Hersteller kann quasi einfach über seinen eigenen Online-Shop an den Verbraucher verkaufen. Das wäre dann die einzige Möglichkeit des Direktvertriebs, die wir tatsächlich kennen. Es gibt bei uns sowas wie ein Fabrikverkauf, Ablagerverkauf. Das gibt es im Bergsport einfach nicht. Das gibt es, wenn man sich Holz kaufen will, aber nicht Express-Sling. Das ist sehr ungewöhnlich. Im indirekten Vertrieb verkaufst du eben direkt an den Einzelhandel. Das ist heute schon üblicher oder eben über den Großhandel an den Einzelhandel. Das findet vor allen Dingen statt bei diesen kleinen Fachgeschäften, dass Großhändler quasi einmal alles mit dem Kescher zusammenkaufen und dann zu den kleinen Fachgeschäften gehen, die dann dementsprechend ein großes Sortiment zur Auswahl haben und vielleicht nicht die Zeit haben, wirklich zu jedem einzelnen Hersteller zu gehen und eigene Preise zu verhandeln. Denn das, das frisst, das frisst ordentlich Zeit. Das frisst echt ordentlich Zeit, dass man wirklich mit jedem Hersteller, den man im Sortiment haben will, auch eine Preisverhandlung führen muss über Einkaufspreise und die updaten ja auch regelmäßig ihre Produkte. Da kann der Großhändler natürlich Abhilfe schaffen, indem er das übernimmt und dann einfach nur noch die Produkte zu einem fixen Preis anbietet. Jetzt müssen wir uns über genau diese Leute unterhalten, über die Fachgeschäfte, über die Fachhändler. Das sind für mich immer noch die sympathischsten Vertriebswege, wenn sie gut gemacht sind. Auch da muss man jetzt aufpassen, gut gemacht wird heute im Einzelhandel auch in den Fachgeschäften nicht mehr viel, aber es gibt so ein paar Geschäfte, die gibt es einmal in einer Stadt. Da sitzt jemand, der Bergsport zum Beispiel in unserem Fall zu seinem Leben deklariert hat und gesagt hat, ich fresse mich voll ins Thema rein, ich beschäftige mich nur noch damit und die haben dann Marke XY im Sortiment. Und zum Beispiel Meindl oder Hanwag oder Lowa das sind drei Schuhhersteller, von denen viele von euch noch nie was gehört haben. Der Grund dafür ist, dass sie nur an Fachhändler verkaufen. Das Argument von Hanwag, Lowa und Meindl ist, dass diese drei Hersteller, aber natürlich auch noch ganz viele andere Produkthersteller, der Meinung sind, dass ihre Produkte nur dann gut verkauft werden können, wenn es eine intensive Beratung gibt, die damit einhergeht. Das ist deren Idee. Das ist eine kühne Idee, die gerade bei Lowa, die ja auch im großen Einzelhandel bei Kettenverkaufen nur so suboptimal aufgeht, aber im Prinzip ist die Idee ja auch die, wenn ich mein Produkt möglichst präzise beschreibe, sind die Rücksendungen unwahrscheinlicher. Das kenne ich von meinen Alpaka-Produkten. Je besser ich klarstelle, dass die Bergsocken, die Alpaka-Bergsocken ein bisschen fusseln, weil das einfach normal ist, weil das halt pure Wolle ist und die fusselt halt einfach und dass das vollkommen normal ist, kein Problem, kein Fehler, keine Einschränkung ist, dann werden Leute sich darüber nicht wundern und werden nicht sagen, ah, kaputt. Ganz einfach. Und mit dieser Logik sagt auch zum Beispiel halt Meintl, wir verkaufen unsere Schuhe halt nur an Fachhändler, der Fachhändler muss bei uns Schulungen machen oder der Fachhändler, da kommt einer von uns direkt vorbei, aus dem Marketing oder aus dem Vertrieb eben und zeigt dann dem, dem Händler, was man da beachten muss, für welche Füße der Schuh gedacht ist und so weiter. Beschäftigt sich also wirklich sehr viel mehr mit dem Produkt als eine Kette. In der Kette arbeiten Leute, die, da hat man das Gefühl, die wissen nicht mal, bei was für einem Arbeitgeber sie angestellt sind. Ohne Witz, das ist wirklich schrecklich manchmal und das hat man halt beim Fachhändler nicht. Der Fachhändler verkauft nur die Dinge, von denen er auch Bescheid weiß. Das Problem ist leider, dass Fachhändler in den letzten Jahren auch gewachsen sind, das Interesse an denen ist auch gewachsen, die stellen jetzt mittlerweile auch Leute an und diese Leute, die sie anstellen, sind eben leider auch nicht so gut geschult wie der Fachhändler selber. Das ist ein großes Problem. Deswegen entwickelt sich der Fachhändler gerade von der Seriosität her auch hin zur Kette und dann ist man ja wieder auf sich allein gestellt. Aber manche Fachhändler bemühen sich da auch wirklich nur die Leute einzustellen, die eben genauso viel Ahnung haben wie sie selber. Und der Fachhandel hat aber eben das große Problem, dass er schlechte Preise annehmen muss, denn er hat keinen Hebel wie die Einzelhandelskette, haben wir schon besprochen. Gleichzeitig schließen aber Einzelhandelsketten so dermaßen lächerlich große Verträge, was die Abnahme betrifft und auch die Exklusivität. Kommen wir jetzt gleich noch zu. Die Exklusivität betrifft, das sind so dermaßen absurd große Verträge, dass die Kette den Anschein der maximalen Auswahl macht, aber in Wirklichkeit überhaupt nichts im Sortiment stehen hat. Die haben zwei Marken. La Sportiva, Scapa, manchmal noch Saliva. Das sind die drei, die ihr kriegt. Bei manchen Ketten. Bei anderen Ketten kriegt ihr nur Saliva. Bei anderen Ketten kriegt ihr nur La Sportiva. Weil einfach die Exklusivität in diesen Verträgen drin steht. Da drin steht, wir geben euch so viele Produkte, die wir möchten, so ein großes Sortiment bei euch stehen haben. All unsere Schuhe, gut, all unsere Schuhe, das ist nie der Fall, aber halt, weiß ich nicht, 20 verschiedene Paar Schuhe, in allen Größen. Da es halt dann beispielsweise die Kette auch sagen muss, ja gut, also so viel Platz haben wir jetzt auch nicht. Dann müssen wir unser Angebot halt auf drei Marken beschränken. Aber es macht halt den Anschein, aufgrund der Tatsache, dass halt dann wirklich ganze Etagen voll mit Bergschuhen beispielsweise sind oder ganze Etagen nur Jacken, Oberbekleidung, was auch immer, macht es halt den Anschein, als hätte man eine gigantische Auswahl. Die Auswahl ist zwar da, es ist ein sehr breites Sortiment, aber es gibt nicht sehr viele Alternativen. Die Marken sind sehr wenige. Wenn ihr euch das mal anschaut, egal ob ihr da jetzt in einen Discounter geht oder in ein, oder wirklich auch in ein Fachgeschäft, auch Fachgeschäfte bieten oftmals nicht sehr viele Marken an. Bei Fachgeschäften liegt es aber vor allen Dingen darin, dass die auch einfach erstens mal nicht den Platz haben und zweitens auch nicht den Absatz hätten. Die machen nicht so viel Kohle, dass sie sich das leisten könnten, so viel verschiedene Sachen aufzunehmen. Die Ketten, die wissen halt, Marke X und Marke Y und Marke Z, die laufen, die nehmen wir ins Sortiment. Alles andere ist Risiko. Wenn man jetzt hier auf einmal irgendwelche Nischenfirmen, Dolomit beispielsweise, aufnimmt, das ist ein Risiko, das kann man mal eingehen, da probieren wir es, machen wir einen kleinen Testpilot sozusagen, bringen wir einen Schuh von der Marke auch noch mit dem Sortiment, den stellen wir ein bisschen aus. Wenn der gut geht, bestellen wir nach und nehmen vielleicht noch ein zweites Sortiment auf, wenn nicht, kommt die Marke wieder weg. Das ist eine knallharte betriebswirtschaftliche Entscheidung. Die Marke läuft, kommt ins Sortiment, die Marke läuft nicht, einfach wieder weg. Da geht es nicht darum, dass man ein möglichst breites Angebot vorlegen möchte dem Kunden. Das ist vollkommen egal. Solange der Kunde irgendwas kauft, ist es scheiß, egal was da im Regal steht. Einzelhandel ist knallhart. Unfassbar trockenes Geschäft. Da geht es nicht um Liebe, da geht es nicht um Kundenzufriedenheit, da geht es darum, läuft das Produkt, wir bestellen mehr, das Produkt läuft nicht, weg. Was? Kunden mögen dieses Produkt, aber nicht genug Kunden. Weg. Das ist wirklich ein trockenes Business. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele Leute dann auf den Online-Shop ausweichen, weil einfach die Markenvielfalt größer ist, aber leider auch nicht unfassbar groß. Und Firmen wie Meintl beispielsweise oder auch Hanwag haben sich das dann eben angesehen und haben gesagt, okay, bei diesem Spiel, bei diesem Konkurrenzspiel innerhalb der Einzelhandelsketten wollen wir gar nicht mitspielen, da können wir nur verlieren. Wir haben sehr spezifische Schuhe, unser Ansatz ist es, dass Kunden bestmöglich beraten sind. Und deswegen ist das überhaupt nicht unser Vertriebsstrukturmodell, das wir wählen wollen. Und wir gehen deswegen zu diesen kleinen Fachhändlern. Wir verdienen wahrscheinlich daran auch noch mehr Geld. Wir machen wahrscheinlich ein bisschen geringeren Absatz. Also was die Stückzahl betrifft, können wir ihnen auch nicht so viel verkaufen. Das wird nicht weggehen. Deswegen müssen wir da Einbußen haben. Wir haben aber wahrscheinlich weniger Retouren. Wir haben wahrscheinlich weniger Reklamationen. Wenn wir unseren Job gut machen und wir unseren Fachhändler gut einschulen, dann geht alles gut. Dann haben wir ein sehr solides Geschäftsmodell. Bei den Ketten geht es eigentlich nur über die Masse. Da gibt es Reklamationen, Retouren, scheißegal. Solange 30, 40, 50% Minimum einfach ungefragt für ein UVP einkaufen, ist das vollkommen wurscht. Alles eingepreist. Beim Fachhändler haben wir beispielsweise auch sehr viel seltene Rabatte. Falls euch das schon mal aufgefallen ist und ihr gerne mal zu einem kleinen Einzelhandel geht, der ganz alleine sein Geschäft betreibt, ihr werdet da nicht viel rausholen können. Ihr werdet da auch selten Rabattaktionen finden. Vielleicht mal 10% auf was oder sowas. Aber die Margen sind für den Einzelhändler eben nicht so groß. Wie gesagt, SportOK, Online-Shop, verkauft alles immer für minus 20%. Manchmal auch nur minus 15%, wenn sie gerade einen schlechten Tag haben. Deswegen, da gibt es einfach Unterschiede, bei denen man sich auch als Endkunde, als Verbraucher klar sein muss, dass man gut abwägen muss, was man denn jetzt gerade konkret haben will. Will man den bestmöglichen Preis bezahlen, dann muss man online schauen. Will man auch vielleicht ein bisschen Auswahl sehen, Alternativen sehen, dann muss man halt in die Kette. Will man aber wirklich fachlich gut beraten werden, dann muss man halt zum Fachhändler. Dann muss man aber eben auch akzeptieren können, dass Preise gezahlt werden, die nicht geschenkt sind. Das sind nicht die besten Preise, die du finden wirst. Fairerweise muss man jetzt aber auch sagen, und da bin ich ein großer Freund davon, wenn die Beratung in einem Fachgeschäft stimmt und dann die Leute aber trotzdem in den Onlineshop gehen, um den besseren Preis zu kriegen, das sind Idioten. Das sind einfach Idioten. Weil diese Leute, und das ist mir wirklich wichtig, das zu betonen, auch in dieser aller Klarheit, weil diese Leute nicht verstehen, dass Dinge Geld kosten. Nämlich nicht die Produkte, ja die kosten logischerweise auch Geld, aber die Tatsache, dass du beraten wirst, die Tatsache, dass dir jemand helfen kann, kostet Geld. Wenn du keine Hilfe willst, kannst du den günstigeren Preis haben. Aber das Risiko des Fachverkäufers ist immer, dass er dir hilft und du nicht kaufst. Und das Ekelhafte ist, es ist in Ordnung, glaube ich, auch für jeden Fachhändler, zumindest für die, die ich kenne. Wenn er dir hilft und du nicht kaufst, weil du trotzdem nichts gefunden hast. Das ist für jeden Einzelhändler verständlich. Das ist sehr traurig, aber das wissen diese Leute auch, dass sie eben ein sehr beschränktes Sortiment haben und dadurch fehlende Auswahl und dadurch, wenn der Schuh beispielsweise nicht passt, dann passt er halt nicht. Und wenn er dann nicht viele Alternativen hat, dann gibt es halt auch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Aber einen passenden Schuh zu finden, sich helfen zu lassen und dann online für günstiger zu kaufen, wenn man sich denkt, ich bin doch nicht blöd und bezahle im Einzelhandel mehr, obwohl ich ihn online billiger kriege. Nein, nein, du bist schon blöd. Du bist schon blöd. Weil du wirst diese Hilfe nicht mehr bekommen. Dieses System funktioniert nur, weil du bereit bist, für diese Hilfe zu bezahlen. Hilfe ist nicht kostenlos. Außer die Videos der Alten Academy. Nein, aber die Bergsport-Fachverkäufer reißen sich den Arsch dafür auf, dass Leute eine gute Beratung bekommen. Nicht alle, das weiß ich schon. Und die Ketten sowieso nicht. Die großen Ketten sowieso nicht. Aber die Fachhändler, die kleinen Fachhändler, die wissen, was du brauchst. Und das sieht man zum Beispiel, ich möchte an dieser Stelle auch loben, den Sportwolf in Innsbruck. Ein kleines Geschäft. Die Verkäufer sind nicht die nettesten. Finde ich. Sind nicht die eloquentesten, nicht die engagiertesten, sage ich jetzt mal. Nicht die Freunden, die haben keine Freundlichkeitsschulung bekommen, wie die Mitarbeiter, die Inkompetenten in Ketten. Aber ich weiß noch, als ich mit meiner Partnerin dahin bin und sie mit ihrem letzten Touren-Ski-Schuh große Probleme hatte, die Frau dort, die Angestellte, das war nicht die Besitzerin, aber die Angestellte, die schaut sich ihren Fuß an und sagt, der Schuh. Der hier. Nimmt den aus dem Regal, sie zieht sich den an, passt. Die haben so viel, die beschäftigen sich so lange mit den Produkten, die sie, die hatten nicht viel Auswahl. Hätte der nicht gepasst, sie hätten gar keinen anderen gehabt, weil sie hatten halt, also für, für jetzt in, für diese, für diese Fußform hatten sie nur den einen. Ähm, sie hatten schon ganz viele andere Schuhe auch, aber eben für schmale Füße und so weiter. Da wird nicht ewig durchprobiert. Die sagt, wenn du einen Schuh haben willst, der dir passt, nimm den da. Der hier. Sie probiert den, der passt einwandfrei. Sie ist so glücklich wie noch nie. Das sind Beispiele, da habe ich unzählige davon. Und nicht alle sind so. Das ist ganz wichtig. Nicht alle diese Fachverkäufer sind so. Manche Fachverkäufer wollen trotzdem einfach nur das schnelle Geld und sind froh, dass die Leute so blöd sind und den UVP bezahlen bei ihnen. Aber, ich sage es mal so, beim Großteil der Fachverkäufer ist es nicht so. Und dafür muss man eben bezahlen. Denn diese Geschäfte haben mehr, haben mehr Kosten als der Versandhandel beispielsweise, als der Direktvertrieb. Und der Direktvertrieb, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt gerade speziellen Hersteller unterstützen, mir ist das eigentlich komplett scheißegal, bei wem ich kaufe oder was für ein Hersteller das ist. Ich habe keine Beziehung zu dieser Marke oder sonst was. Und dann kauft man bei denen direkt, statt zum Fachhändler zu gehen, das ist halt dann doof. Das ist dann schon speziell doof. Dann gehe ich lieber, wenn ich schon bereit bin und auch die, ich sage jetzt mal, finanziellen Möglichkeiten habe, den UVP zu bezahlen, dann gehe ich lieber zum Fachhändler und kaufe mir das dort. Weil da naschen dann so viele Leute mit und der Hersteller kann ja trotzdem noch gut davon leben. Wie gesagt, niemand in dieser ganzen Kette handelt altruistisch. Niemand handelt unter seinen eigenen Deckungspreisen. Niemand. Absolut niemand. Keine Großhändler, kein Einzelhandel, kein Versandshop, niemand. Deswegen macht euch da keine Sorgen, wenn ihr etwas für wenig Geld kauft, es wird schon niemand verhungern. Und das ist eine grundsätzliche Geschichte, die man darüber schreiben kann. Und ich hoffe, dass man jetzt so ungefähr einen Blick dafür bekommen hat, wie der Handel, die Herstellung, der Handel und der Zwischenhandel so ein bisschen funktionieren. Ich glaube, viele von euch wissen einiges davon. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht ganz praktisch ist, wenn man da so eine kleine Zusammenfassung mal drüber macht und ihr so ein bisschen ein Bild davon bekommt, auch wer eigentlich welche Kosten hat. Das Einzige, was ich euch nicht empfehlen kann, ist, zu einer Einzelhandelskette zu gehen. Das ist pauschal, außer es geht jetzt wirklich, außer die haben jetzt einen guten Deal oder sowas, dass man wirklich viele Prozente bekommt, weil sie gerade verzweifelt sind. Ich persönlich bin Freund von Versandhandel, vom Direktverkauf und von dem Facheinzelhandel. Letzterer, wenn das Geld stimmt, wenn das Geld locker ist, dann ist Letzterer für mich immer die aller, aller, allererste Anlaufstelle. Denn ich wurde noch nie so gut beraten wie bei einem Fachverkäufer. Ketten sind nicht meine erste Wahl. Sie verkaufen so teuer wie möglich mit dem schlechtestmöglichen Service, also mit dem billigsten Service. Die ziehen da raus, was geht und ihre Strukturen, ihre Vertriebsstrukturen, ihr Aufbau, auch wie sie ihr Personal beispielsweise behandeln, das ist mir auch ganz wichtig, das habe ich auch gelernt, ist ganz, ganz schlimm. Deswegen lieber die Hersteller direkt unterstützen, wenn man das möchte, dann kauft man beim Hersteller direkt oder man geht zum Fachhändler oder halt beim Versandhandel. Der Versandhandel zwackt sich natürlich auch viel ab, aber beim Versandhandel gibt es in der Regel dann trotzdem noch mal einen guten Preis dafür. Deswegen sind das so meine drei Arten, wie ich einkaufen gehe, wenn ich Bergsportausrüstung brauche. Nur die Kette, die ist eigentlich mittlerweile vom Tisch. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Handeln, das Handeln per se eigentlich im Bergsport geben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Interessantes lernen und mitnehmen oder habt jetzt einfach nur eine, weiß nicht, 50-minütige Zusammenfassung zu dem Thema. Es ist natürlich alles sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Ich möchte das an der Stelle auch unterstreichen. Viele Sachen sind ein bisschen komplizierter. Viele Sachen sind auch nicht so schnell gelöst jetzt beispielsweise, gerade wenn es um Verkaufspreise, die ganzen Nettoverkaufspreise, die an die Einzelhändler beispielsweise gehen. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt dargestellt habe. Im Grunde, das Grundgerüst ist das. Aber klar, es gibt dann halt auch sehr viele Unterschiede von Hersteller zu Hersteller. bei den Vertriebsbeziehungen zwischen großer Hersteller, große Kette, großer Hersteller, Fachverkäufer, kleiner Hersteller, große Kette. Da ist der Hebel immer ganz gewaltig. Also ganz, ganz kleine Hersteller, lokale Hersteller und große Ketten. Das geht nie gut für die Hersteller aus. Da gibt es so ein paar kleiner Fachgehandel und kleiner Hersteller. Das ist meistens eine sehr freundschaftliche Beziehung. Die arbeiten meistens sehr gut zusammen. Da gibt es halt noch viele Kleinigkeiten, über die man reden kann, die auch wirklich von Betrieb zu Betrieb und Vertrieb zu Vertrieb unterschiedlich sind. Aber alles in allem ist es eigentlich das. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das interessiert hat, dann gerne einen Daumen hoch geben. Zumindest auf das Video, am Podcast. Ja, teilt den Podcast. Warum nicht? Es ist jetzt ein Podcast und ein Videopodcast. Insofern teilt auch gerne den Podcast mit Leuten, die sich auch dafür interessieren, wie eigentlich so der Karabiner vom Hersteller zu ihm oder ihr kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zum nächsten Mal, wie immer, eine wunderschöne Zeit und bergheil.